Die Umstiegszeit war lang genug, die Zeiten gut gewählt. Doch der erste Linienbus kam schon gleich zu spät. Nun steh ich hier an diesem Ort und kein Mensch ist in Sicht. Und wie ich heute zu dir komme, weiß ich wirklich nicht. Doch dann ist da dieses kleine gelbe Schild. Ich rufe laut und winke fast schon wild. Taxi, Taxi, warte auf mich. Taxi, Taxi. Taxifahrer, bitte höre mich. Taxi, Taxi. Der Zug ist schon fort und ich will zu ihm. Habe Erbarmen und fahre mich hin. Taxi, Taxi, lasse mich nicht in Stich. Taxi, Taxi. Ich laufe los, so schnell ich kann, dem Wagen hinterher. Ich hoffe sehr, dass er mich sieht und spurte immer mehr. Bremsen, quietschen, rotes Licht. Ich höre, wie der Fahrer spricht. Neue Fahrt, der Fünf nimmt auf. Eine Wagentür springt auf. Wohin darf denn Ihre Reise gehen? Taxi, Taxi, warte auf mich. Taxi, Taxi. Taxifahrer, bitte höre mich. Taxi, Taxi. Taxi, Taxi. Der Zug ist schon fort und ich will zu ihm. Habe Erbarmen und fahre mich hin. Taxi, Taxi, lasse mich nicht in Stich. Taxi, Taxi. Der Fünf an Zentrale. Zentrale hört. Der Fünf fährt nach Kampen. Der Fünf fährt nach Kampen. Verstanden? Taxi, Taxi, warte auf mich. Taxi, Taxi. Taxifahrer, bitte höre mich. Taxi, Taxi. Der Zug ist schon fort und ich will zu ihm. Habe Erbarmen und fahre mich hin. Taxi, Taxi, lasse mich nicht in Stich. Taxi, Taxi. Taxi, Taxi, warte auf mich. Taxi, Taxi.